Hallo, in diesem Video hier möchte ich mich mal wieder mit einer Aufgabe beschäftigen, die mir ein Student per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank dafür. Die sieht so aus, hier geht es um das Thema Netzwerkanalyse und ist aus meiner Sicht eigentlich keine wahnsinnig komplizierte Schaltung. Wir haben zwei reale Spannungsquellen, also jeweils eine Spannungsquelle mit einem Reihenwiderstand. Die sind, steht hier auch, irrtümlich gegensinnig oder entgegengerichtet, parallel verschaltet. Eigentlich sollten die natürlich, wenn diese Schaltung hier einen sinnvollen Zweck erfüllt, von Spannungsfällen in die gleiche Richtung zeigen, um dann einen Strom hier in die beiden parallel geschalteten Verbraucher reinzutreiben. Und so, was jetzt hier passieren wird, ist, dass hier ein relativ großer Strom hier im Kreis fließt und gar nicht so viel Strom hier an den Verbrauchern ankommt, die hier parallel geschaltet sind, weil die beiden Spannungen sich eben an den Klemmen hier ein bisschen gegenseitig aufheben werden. So, und das, was man jetzt machen soll, ist eben die Ströme hier, hier, hier und hier, also in den beiden Quellen in den Verbrauchern zu bestimmen. Und man soll dafür ein geeignetes Verfahren zur Netzwerkberechnung, zur Netzwerkanalyse dieser Schaltung auswählen. Und wahrscheinlich werde ich mit der Aufgabe hier und mit diesem Problem hier jetzt ein paar verschiedene Videos machen. Und das Verfahren, für das ich mich jetzt in diesem Video hier entscheide, soll mal die Zwei-Port-Theorie sein, weil ich denke, dass es ganz hilfreich ist, also wenn man sich jetzt noch mal einen Schritt zurück überlegt, was ist eigentlich das Problem hier bei der Berechnung der Schaltung? Ja, dass es hier diese zwei Quellen gibt und dass die sich natürlich auch gegenseitig beeinflussen. Wenn es nur eine Quelle gäbe, könnte man das ja einfach mit rein Parallelschaltung, Strom- und Spannungsteilerregel erschlagen. Das Problem, die beiden Quellen, die machen das jetzt eben ein bisschen komplizierter. So, und mit Hilfe der Zwei-Port-Theorie können wir aus den realen Spannungsquellen jeweils reale Stromquellen machen. Dann können wir diese beiden realen Stromquellen parallel schalten, können ausrechnen, was hinten in den beiden Widerständen passiert und dann können wir die am Ende sicherlich auch wieder auseinanderklamüsern und gucken, was in diesen beiden Quellen jeweils passiert. Das wäre jetzt so die Idee der Zwei-Port-Theorie. Das zu machen. So, und ich habe mir hier die Aufgabe schon mal kopiert. Wehe mir jetzt mal hier den Stift aus in meinem Zeichentablet und schreibe mal drüber. Wir wollen das Ganze jetzt eben lösen mit Hilfe der Zwei-Port-Theorie. Und die Idee der Zwei-Port-Theorie, das kann ich ja mal hier so daneben schreiben, wäre jetzt, also wir machen, oder wir können eine solche Spannungsquelle, ja, wenn ich die mal hier an diesen gedachten Klemmen jetzt auftrenne, kann ich aus so einer Spannungsquelle auch eine, aus einer realen Spannungsquelle auch eine reale Stromquelle machen. Das wäre eine Stromquelle mit einem Parallelwiderstand. Ja, und dann wären hier oben und hier unten, das wären die gleichen Klemmen, die wir jetzt betrachten, die und die. Und wenn der Spannungsfeil nach unten zeigt, dann muss der Stromfeil hier nach oben zeigen. Wenn das hier der Widerstand R ist, wenn ich jetzt mal ganz allgemein R, dann ist das ja auch der Widerstand R. Und diese Stromquelle hier IQ, die ergibt sich eben aus, wollen wir mal sagen, das ist ganz allgemein die Quelle UQ, ergibt die sich aus UQ durch R. Und genau umgedreht könnte man auch einfach die Spannungsquelle aus einer Stromquelle und aus dem Widerstand ersetzen, wenn man die Gleichung in diese Richtung umstellt. So, also das können wir jetzt nutzen, um die Schaltung so ein bisschen umzuformen. Und dafür mache ich mal mein Kamerabild hier ein bisschen kleiner. Und nehme mal vielleicht noch ein paar andere Farben. Also wir nehmen jetzt mal diesen Teil der Schaltung hier und wandeln ihn in genau sowas um. Dann wird daraus eben eine Stromquelle, die, weil hier der Spannungsfeil nach unten zeigt, zeigt diese Stromquelle nach oben, die nenne ich mal IQ1. Und zu der parallel geschaltet ist eben dieser Innenwiderstand RI1. So, dann nehme ich mal eine weitere Farbe, nehme ich grün und in grün zeichne ich jetzt diesen Zweig hier. Die andere reale Spannungsquelle hier und auch aus der wird jetzt eine Stromquelle, eine reale Stromquelle mit einem Parallelwiderstand. Und diese Stromquelle, weil hier der Spannungsfeil nach oben zeigt, zeigt die nach unten. Das ist die Stromquelle IQ2 und das ist genauso auch der Innenwiderstand RI2. So, und dann sind hier noch diese beiden verbleibenden Widerstände, die zeichne ich jetzt mal, weiß nicht hier. Also das ist jetzt sozusagen dieser graue Teil, der hier angeschlossen ist. Die könnte man jetzt natürlich, wenn man wollte, auch zusammenfassen. Aber das Problem ist, also weil die ja direkt parallel geschaltet sind, über denen fällt ja die gleiche Spannung ab, ist aber keine super schlaue Idee, die jetzt zusammenzufassen, weil ich ja die Ströme einzeln durch diese Widerstände wissen will. Also hier hinten ist jetzt immer noch der Widerstand RB2 oder vielleicht fange ich an mit RB1 und RB2. Ich habe auch keine Ahnung, wofür so richtig diese Abkürzung B stehen soll bei diesen Widerständen. Das sind ja die von den Verbrauchern. Hier fehlt übrigens, sehe ich gerade mal ein kleines R an der Stelle. Vielleicht sollen das Bremswiderstände sein. So, das wäre noch das, was mir in dem Fall einfallen würde als sinnvolle Erklärung für die Abkürzung B oder für den Index B. So, und die sind jetzt natürlich hier alle miteinander verbunden. Und dann sieht die Schaltung, naja, für meinen Geschmack jetzt auch erstmal gar nicht so schwierig aus, weil wir haben einfach vier Widerstände, die parallel sind. Und wir haben zwei Stromquellen, die parallel sind. Und die kann man jetzt natürlich sehr einfach und geeignet zusammenfassen. So, und wir können vielleicht mal anfangen, jetzt diesen Strom hier IB1 und diesen Strom IB2 zu bestimmen. Und das würde ich jetzt einfach mit Hilfe einer Stromteilerregel machen. Und, ja, da können wir gucken. Also, wir haben als Gesamtstrom, wenn man jetzt die beiden Quellen noch hier positionsmäßig tauschen würde, haben wir als Gesamtstrom eben IQ1 minus IQ2. Ja, weil IQ1 zeigt nach oben, IQ2 zeigt ja schon nach unten. Das ist der Gesamtstrom und den müssen wir jetzt multiplizieren mit, ja, also am einfachsten mit dem Gesamtwiderstand dieser Parallelschaltung. So kann man die Stromteilerregel aufschreiben und dann geteilt durch den Widerstand, durch den der Strom tatsächlich durchfließt. Ja, und diese Variante der Stromteilerregel ist dann nützlich, wenn man hier so viele Widerstände parallel hat. Ansonsten kennt man die Stromteilerregel ja ganz gerne mal so. Den Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, geteilt durch den Gesamtwiderstand dieses Maschenumlaufes. Aber der Maschenumlauf wäre ja hier irgendwie sehr kompliziert, weil ich ja da drei Widerstände parallel habe. Also schreibe ich die jetzt lieber so auf und sage, also hier oben habe ich jetzt den Gesamtwiderstand im Sinne dieser Parallelschaltung. Das ist RI1 parallel RI2 parallel ARB1 parallel RB2. Und das teile ich durch den Widerstand RB1. Und damit kriege ich den Strom IB1 raus. Und genauso kann ich das auch mit IB2 machen. Kann ich gleich hier so. Komma 2, das funktioniert für die genauso. So, und diese Rechnung, Zahlenrechnung, das Einsetzen, das mache ich jetzt wie so immer einfach in Octave. Octave, das habe ich mir hier auch schon mal aufgemacht. Und ziehe das mal so ein bisschen hier runter und tippe jetzt mal einfach die ganzen Zahlenwerte ein. Also wir haben erstmal U1 sind 440, U2 sind ebenfalls 440 Volt. RI1 sind 0,4 Ohm. Ohm brauche ich hier natürlich nicht mit hinschreiben. Hier ist auch so eine Sache, hat bestimmt irgendjemand in Latex gedruckt, erzeugt dieses Produkt. Da ist eigentlich dieses Leerzeichen in dem Komma, da gehört nicht hin. Das ist so eine Spracheinstellung wahrscheinlich aus dem Amerikanischen, wo das Komma eben kein Dezimaltrendzeichen, sondern ein Trennzeichen ist und dann so einen kleinen Freiraum erzwingt an der Stelle. So, der zweite Innenwiderstand ist 0,5 Ohm. Und dann haben wir noch diese, ja nennen wir sie mal Bremswiderstände, Verbraucherwiderstände, Lastwiderstände mit 10 Ohm und mit 12 Ohm. So, und jetzt brauche ich als erstes mal meine Stromquellen IQ1. Die ergeben sich ja über die Formel, die hier drüben steht. Also U1 geteilt durch RI1. Und da sollten jetzt irgendwie sowas wie ganz schön viel Ampere rauskommen, irgendwie so 1000. So, und genau das gleiche für IQ2. Das sind ein bisschen weniger, das sind nur 880, weil der im Widerstand ja so ein bisschen größer ist. So, und das kann ich jetzt dann schon eigentlich hier in meine Formel für die Stromteilerregel einsetzen. Und dafür rechne ich mal diesen Gesamtwiderstand, nenne ich das mal hier oben raus, oder vielleicht nenne ich den Parallelwiderstand oder sowas. Also das hier oben, fasse ich mal zusammen zu R parallel, kann ich auch gleich mal einen Zwischenwert hinschreiben, wie groß der ist. Also der sollte sich ja ergeben aus, wie rechnet man Parallelschaltung aus? Also 1 durch RI1 plus 1 durch RI2 plus 1 durch RB1 plus 1 durch RB2. Alle Reziproken und das Ganze jetzt auch nochmal 1 durch. Ja, das Reziproke von dem oder hoch minus 1, je nachdem wie man das schreiben möchte. So, und da kann man kurz gucken, also wir haben 0,2 und 0,5, 0,4 und 0,5, wenn man von denen die Parallelschaltung ausrechnet, kommt da eben irgendwas so bei 0,2 irgendwas raus. Und die und die fallen da gar nicht so ins Gewicht, machen das natürlich nochmal ein bisschen kleiner. Also, dass da jetzt 0,2 irgendwas rauskommt, das passt auf jeden Fall ziemlich gut. So, und damit können wir schon mal IB1 ausrechnen. Das ist jetzt mit der Stromteilerregel eben IQ1 minus IQ2 mal dieser Parallelwiderstand geteilt durch RB1. Naja, und dadurch, dass die beiden Ströme hier subtrahiert werden, dadurch, dass dieser Widerstand relativ klein ist gegenüber dem hier, also 0,2 Ohm geteilt durch 10 Ohm, also da kommt jetzt deutlich weniger Strom raus. Ja, dieser Wert hier, 4,7. So, und genauso können wir das mit RB2 machen. Gleiche Spannungs-, gleiche Stromteilerregel, bloß das da RB2 im Nenner steht, kommt noch ein bisschen weniger Strom raus, weil dieser Widerstand ja hier noch ein bisschen größer ist, fließt durch den weniger Strom. So, so weit, so gut. Also, hier kann ich mal hinschreiben, das war 0, wo stand der Wert? 0,2135 Ohm. Und IB1 waren roundabout 4,7 Ampere und IB2 waren 3,9 Ampere. So, sehr schön. Jetzt brauchen wir noch irgendwie, jetzt wollen wir noch wieder die Ströme I1 und I2 wissen. Und das ist natürlich sowas wie hier der Strom, der hier oben an der Stelle fließt. Also ich nehme mal wieder schwarz als Farbe. Jetzt bräuchten wir jeweils immer den Strom, der hier an diesen, also nicht nur durch die Stromquelle fließt und nicht nur durch den Widerstand, sondern durch beide zusammen. Also kann ich mir hier mal ergänzen an der Stelle, ich bräuchte jetzt hier noch ganz unbedingt zum Beispiel diesen Strom hier. Also IR oder IRI1 und in grün genauso den Strom IRI2, der durch die Innenwiderstände fließt. Und jetzt stellt man fest, die kann ich mit der gleichen Stromteilerregel ausrechnen, weil das sind ja auch einfach genau gleiche Widerstände in dieser Schaltung. Was ich da aber, und deswegen schreibe ich das vielleicht nochmal hin, was ich da eben jetzt anders machen muss, ist, die Ströme hier zeigen ja nach unten. Ja, oder die zeigen hier von der Quelle weg. Und die beiden Ströme, interessanterweise, jetzt habe ich das schon falsch eingezeichnet, der Strom zeigt nach oben. Der zweite Strom, der grüne Strom, der soll auch nach unten zeigen. Da muss man natürlich ja auf die Stromrichtung achten, also ich kliere mal hier relativ groß drüber, um das nochmal klar zu machen. Der zeigt nach unten, der Strom, der zeigt nach oben. So, weil der grüne Strom nach unten zeigt, kann ich den jetzt genauso ausrechnen. Also IRI2 ist gleiche Formel IQ1 minus IQ2 und das eben mal, kann ich hier ein bisschen abkürzen, R-parallel geteilt durch RI2. Und bei dem Strom RI1, wenn ich hier keine 2, sondern eine 1 habe, dann muss hier auch ein RI1 stehen und dann muss ich noch ein Minus davor ergänzen, weil es ja hier um den Strom in die andere Richtung geht. So, auf jeden Fall kriege ich mit der Stromteilerregel dann diese beiden Ströme raus. Das mache ich jetzt zahlenrechnungsmäßig auch erstmal in Oktav. Also rechne mal RIR1 aus. Gleiche Formel, kann ich vielleicht ein bisschen kopieren. Also RI1, da muss das Minus davor und ich muss durch RI1 teilen. Und erwarte jetzt, dass da viel, viel, viel mehr Strom rauskommt als vorher, weil dieser Widerstand ja hier viel kleiner ist. Wenn man sich was Kleineres teilt, dann kommt da eben was Größeres raus. Und irgendwo müssen ja auch mal ein bisschen die Ströme langfließen. So, also da kommen Minus 117 Ampere raus. Ja, kann man sich auch irgendwie überlegen, ist das sinnvoll, dass der negativ ist. Also IQ1, das waren ja irgendwie 118, äh 100, 100, Quatsch hier, 1100 Ampere und hier fließen 880 Ampere runter. Also, ähm, es fließt hier positiver Strom, hier fließt negativer Strom, hier muss, oder, also hier fließt positiver Strom nach oben, hier fließt positiver Strom nach unten, positiver Strom nach unten, positiver Strom nach unten. Hier muss auch positiver Strom nach unten fließen. Deswegen ist das, was wir jetzt nach oben ausrechnen, ist sozusagen negativ. Ja, auch das ist sinnvoll, das passt schon. So, und genauso können wir ins RI2 ausrechnen. Ähm, da muss das Minus wieder weg und ich muss durch RI2 teilen und auch das ist wieder ein bisschen mehr. So, also das kann ich mal nochmal kurz aufschreiben. Ähm, I, RI1, das sind 100, minus 117,4 Ampere. Und in grün, schreibe ich das mal daneben, ähm, I, RI2, der Strom durch den anderen Widerstand, das sind 93 oder ich sag mal 94,0 Ampere. Ja, so, und das sind jetzt aber noch nicht die Ströme I1 und I2, sondern die Ströme I1 und I2, die muss ich jetzt erst noch ausrechnen, einfach durch einen Knotensatz, den ich jetzt anwende. Und mithilfe des Knotensatzes können wir jetzt sagen, okay, hier, ähm, I1, der Strom I1, der ergibt sich, ja, so wie hier die Skizze zeigt, IQ1 plus IRI1, das ergibt den Strom gesamt, der hier durch die Quelle, ja, durch die Quelle hier nach oben fließt. Also IQ1 plus IRI1 und für den zweiten, für die zweite Quelle, hier will ich ja den Strom nach unten wissen, der Strom zeigt auch nach unten, der Strom zeigt auch nach unten. Ja, hier nehme ich die gleiche Gleichung, hätte ich auch einfach in einer Zeile aufschreiben können, ähm, mit dem gleichen Vorzeichen, weil die, weil die Richtungen hier oben eben schon stimmen. So, und das ist jetzt die letzte kleine Zahlenrechnung, die ich noch in Octave machen muss. Also um den Strom I1 rauszubekommen, muss ich rechnen IQ1 plus IRI1. Und das sollten jetzt 1100 sein, minus diese 117, äh, müsste irgendwas, irgendwas rauskommen, kommen auch 982 und wenn ich hier einfach die Einsen durch Zweien ersetze, dann habe ich, ups, habe ich noch den zweiten Knotensatz, irgendwie vertippe ich mich hier immer. Ja, ähm, so, und dann kommt da ungefähr sowas ähnliches bei raus, ja, also hier wird das jetzt addiert, 880 plus 94. So, also haben wir einmal 983 Ampere, roundabout und einmal 974 Ampere. So, und ja, wenn man sich jetzt an der Stelle, an der die Aufgabe im Prinzip fertig gelöst ist, weil wir alle diese Ströme bestimmt haben, ähm, wenn man sich jetzt nicht so ganz sicher ist, ob das jetzt alles stimmt, was man jetzt hier so gemacht hat, könnte man natürlich nochmal eine ganz kleine Probe machen. Und einfach mal zum Beispiel an diesem Knoten hier oben, ähm, einen Knotensatz ausrechnen und dann sollte natürlich die Summe, also immer die vorzeichenhaftete Summe, die sollte 0 ergeben. Also wenn ich sage, der Strom plus der Strom, äh, minus den Strom, 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 dann sollte da am Ende 0 rauskommen. Und diese kleine Probe, die mache ich jetzt noch in Octave, weil das natürlich, ich habe ja alle Zahlenwerte drin, weil das hier ganz einfach geht. Also wenn ich rechne, ähm, IQ1, so, plus I, ja, I1, die fließen drauf zu und dann fließen weg. Minus IQ2, minus IR, I2, minus IB1 und minus IB2, dann sollte da 0 rauskommen. Und da kommt nicht 0 raus, aber da kommt was ziemlich, ziemlich Kleines raus, äh, minus 2 mal 10 hoch minus 14, ne, das ist nah dran an der, Ja, Rechengenauigkeit des Computers, das ist jetzt einfach sozusagen Rundungsfehler, numerisches Rauschen, ähm, das passt schon, das ist numerisch 0 oder zumindest ziemlich, ziemlich dicht dran. So, und das heißt, Probe erfolgreich, eine aus meiner Sicht jetzt nicht allzu komplizierte Lösung, diese Aufgabe mit ein bisschen Zweipeltheorie und ein bisschen Stromteilerregel, Knotensatz und nochmal einen Knotensatz als Probe. Knotensatz